In der heutigen Geschichte erzähle ich dir von der kanadischen Leichtathletin Alicia Newman und am Ende erfährst du, wie sie zu einem der begehrtesten Mädchen der Welt wurde. Alicia Newman wurde am 29. Juni 1994 in London geboren, das an der Thamesse im südwestlichen Teil von Ontario, Kanada, liegt. Alicia liebte Sport seit ihrer Kindheit und wie viele Mädchen in ihrem Alter träumte sie davon, eine weltberühmte Turnerin zu werden. Leider wurde ihr Traum nicht wahr, eine Wirbelsäulenverletzung verhinderte, dass Alicia Newman weiter turnen konnte. Ein ganzes Jahr lang hetzte das junge Mädchen zwischen verschiedenen Sportarten auf der Suche nach dem, was ihr gefallen würde. Sie liebte Eishockey und Springen, aber es war die Leichtathletik, die Alicia befriedigte. Am Ende überredete sie der Schultrainer, Stabhochsprung auszuprobieren, da ihr turnerischer Hintergrund eine gute Basis wäre, um in diesem Sport große Höhen zu erreichen. Im Jahr 2013, nach dem Abitur, trat Alicia in die Eastern Michigan University ein, wo sie weiter studierte und sich entwickelte. Im selben Jahr gewann sie den ersten Platz bei der Mid-American Conference und knackte die Messlatte von 4,11 Metern. Sie nahm auch an den kanadischen Leichtathletikmeisterschaften teil, wo sie sich mit Bronze begnügte. 2014 wechselte ihr Trainer Jerel Langley an die University of Miami, wo Newman folgte. Im selben Jahr nimmt Alicia an der Atlantic Coast Conference ACC teil, wo er bei Hallenwartkämpfen mit 4,35 Metern Bronze holt. Sowie Silber bei Leistungen in der Luft, die die Marke von 4,28 Metern knacken. Alicia erhielt auch Bronze bei den kanadischen Leichtathletikmeisterschaften. Und bei den Commonwealth Games 2014 knackte sie die Marke von 4,60 Metern und gewann eine Bronze-Medaille. Damit lag sie damals unter allen Stabhochspringerinnen auf dem vierten Platz. 2015 brachte Newman zwei weitere Silber-Medaillen, eine bei den Canadian Champions Hips in Athletics und eine bei der Atlantic Coast Conference ACC Outdoors. 2016 sollte das letzte Jahr sein, in dem man sich für den College-Wettbewerb qualifizieren konnte, und Alicia gab alles. Silber in der NCAA Division I, ein internationaler College-Wettbewerb, der von der National Collegiate Athletic Association of America organisiert wird. Silber beim ACC in der Halle und Gold beim ACC im Freien mit der Marke von 4,46 Metern. Und brach auch den Rekord der University of Miami, indem er die Messlatte von 4,60 Metern durchbrach. Dies stellte einen neuen Rekord der Atlantic Coast Conference ACC und einen kanadischen Nationalrekord im Stabhochsprung der Frauen auf. Im selben Jahr holt Alicia Gold bei den kanadischen Leichtathletik-Meisterschaften, was ihr die Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen in Rio de Janeiro ermöglichte. Dort schnitt sie leider nicht gut ab. 2017 bricht Newman mit 4,71 M den kanadischen Nationalrekord. Im selben Jahr holt Alicia Gold bei den Canadian Athletics Champions Hips, einen Titel, den sie 2018 sowie 2019 und 2022 für sich behalten wird. 2018 nimmt sie zum zweiten Mal in ihrem Leben an den Commonwealth Games teil, wo sie mit 4,75 Metern Gold holt und damit einen neuen Rekord für die Commonwealth Games aufstellt und persönliche und nationale Rekorde aktualisiert. 2019 holte Newman in Paris ihr erstes Gold in der Diamant League und verbesserte dabei erneut den nationalen Rekord von 4,82 Metern. Im selben Jahr wiederholte sie ihren Sprung in Zürich, der ihr Bronze einbrachte und ihr erlaubte, sich auf Platz 12 der Weltrangliste der Hallenspringer niederzulassen, wiederum ein kanadischer Rekord. Bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio konnte Alicia keinen der drei Versuche absolvieren, wie sich herausstellte, hatte sie im April eine Gehirnerschütterung. Den Rest des Jahres verbrachte er in der Reha. Im Jahr 2022 ging Newman zu den nächsten Commonwealth-Spielen, aber leider erlaubte ihr eine versteckte Fersenverletzung nicht, über die sechste Linie hinauszukommen. In ihrem Privatleben ist Alicia eine offene Person, sie verbringt viel Zeit mit Familie und Freunden, worüber sie ständig in ihren sozialen Netzwerken schreibt. Das Mädchen schloss auch Werbeverträge mit bekannten Marken ab, wodurch sie mehr Zeit für ihre Ausbildung aufwenden konnte. Im Jahr 2021 wurde Alicia Newman dank ihrer Schönheit laut dem Magazin Maxim in die Top 100 der heißesten Frauen der Welt aufgenommen. Schreibe in die Kommentare, von wem du die nächste Geschichte hören möchtest. Abonniere den Kanal, hier wird über Sport gesprochen.